Hallo Freunde, heute nach dem Plan Donner oder Schaume. Zuerst soll man Fleisch vorbereiten. Ich werde Hähnchen kochen, es ist der einfachste Weg. Für zwei Donner ist die Hälfte des Filets genug. Trennen Sie alles Übriges ab, fett, fassen und schneiden in kleinen Streifen. Geben Sie Salz und Pfeffer dazu. In einigen Fällen ist es besser die Schenkel zu nehmen, weil das Filet ganz trocken sein kann. Trotzdem passt es auch dazu. Geben Sie das Hähnchen in eine gut geheizte Pfanne. Auf Wunsch kann man einen Esslöffel Öl hinzufügen. Eine Minute später trennt man leicht Hähnchen vom Boden der Pfanne. Lassen wir uns gut umrühren. Fleisch wird sein eigener Saft abgeben. Deshalb braten Sie bis zur Verdampfung aller Flüssigkeit. Bedecken mit dem Deckel dann. Während wir andere Zutaten vorbereiten, wird Fleisch gut gedämpft. Also jetzt koche ich die Soße. Dazu soll man drei Esslöffel Mayonnaise und einen Esslöffel saure Sahne mischen. Wenn Sie keine Mayonnaise haben, können Sie selbst eine kochen. Link ist in der Beschreibung. Das Kochen dauert nur eine Minute. Hier soll man eine Zähre des Knoblauches schälen und fein schneiden. Geben Sie Knoblauch in die Soße. Und natürlich vergessen Sie nicht über Salz. Gut umrühren. Auf Wunsch können Sie frische Kräuter hinzufügen. Und die Soße ist fertig. Für die Füllung dürfen Sie unterschiedliches Gemüse nach Ihrem Geschmack verwenden. Ich wählte eine optimale Variante. Nehmen Sie ein Fladenbrot. In diesem Fall passt am besten dünnen, armenischen, quadratischen Fladenbrot. Strechen Sie die Soße aus und legen die Füllung aus. Dazu brauchen wir geschnittenen Kohl, koreanische Moorüber, Gurken, Tomaten, Paprika und natürlich Fleisch. Nun geht es um die Wichtigste. Wickeln Sie Enden und pressen gut. Versuchen Sie so kräftig wie möglich. Um knackige Kruste zu bekommen, geben Sie Djoner in vorgewärmte Pfanne, vollmittelgroß und braten es beidseitig. Oder vielleicht mit dem Pfannenwender pressen. Djoner ist fertig. Das sieht ganz leicht aus. Also zum nächsten Mal, am besten wäre alle Zutaten im Supermarkt kaufen und zu Hause selbst kochen. Anstatt am frostigen Tag nach Djoner ausstehen. Also abonnieren Sie auf meinen Kanal und klicken auf die Klingel, um neue Rezepte aus erster Hand zu erfahren. Bis bald!